Hallo zusammen, eine kurze Ankündigung, es geht weiter bei den Zufallsbegegnungen, dem Podcast zusammen mit Ben von Ben & Paper und dem Dan von Rollenspielkaufen.de. Das Ganze findet ihr diesmal beim Kanal von Ben, den Link findet ihr hier, glaube ich, oder da. Und auf jeden Fall in der Beschreibung unten, so oder so, schaut da mal vorbei. Es gibt ein ganz spannendes Thema, nämlich LARP, Live Action Roleplaying. Und da werdet ihr ein bisschen darüber erfahren, was es mit mir und rosa Hosen auf sich hat. Schaut es euch an, bis bald, reine Kneck.